Hallihallo meine Lieben, da bin ich wieder, ich bin Glinda vorne und ich habe einen kleinen gemütlichen Schraub der Hauntnendlein gerichtet. Wie ihr ja sicher alle schon wissen, habe ich nur Eitelteile und da zeige ich euch immer wieder mal ein paar Teile, die ich bekommen habe. Ich persönlich kriege jetzt hier ein Wildkleid wie mit der Zoda, das sind die letzten, die ich überkomme. Die sind so fein und einfach toll zu tragen. Die haben einen Gummizug und einen Kortle hier oben. Und dazu her trage ich einen Bulli hier, ein Shirt, also ein Hoodie, der recht gross geschnitten ist, den kann man sicher bis zum 54 tragen. Also er ist wirklich gross geschnitten. Und Stiefel, die ich dazu her und auch habe, die sind jetzt im 40 und das ist ein ganzes helles Beige. Und ist auch im Wildkleid imitat. Die Stiefel kosten 49 Franken und der Bulli und die Hose sind jeweils 39. Und jetzt noch etwas zu meinen Preisen. Ich habe ja bald mein zweijähriges Jubiläum. Und darum habe ich ab sofort auf alles 30 Prozent. Und die Aktion läuft bis am 4. Februar. Und am 1. und am 3. Februar habe ich am Abend von halb 6 bis 7 Uhr offen. Und sonst kann er einfach einen Termin mit mir machen und dann in aller Ruhe steuern kommen. Dann gehen wir zur grossen Puppe. Sie hat eine Kleidergrösse Säge 44-46 und hat hier auch ein wunderschönes Mickey Mouse Shirt. Das ist schon ein bisschen leichter, das perfekt in den Übergang nicht passt. Und dazu hat sie hier diese tollen Handtasche. Ist ja nicht lässig. Ein wunderschönes Tischchen. Und die Handtasche kosten immer 38 Franken wie immer. Die zwei Sachen, die sie hier anhalten, das Shirt und die Hose, sind in der Kleidergrösse 44-48. Und dazu habe ich hier die weissen Tonschuhe. Die habe ich nur noch im 38 Franken und kostet auch 39 Franken. Sie sind ganz weich. Ja, einfach mal reinschläfen. Und dann gehen wir rüber zu unserer kleineren Puppe. Eine hat sicher 38 Franken gelassen. Und die hat einen Leoprintmantel an. Das ist schon eher ein dünnes. Also ja, der Frühling kommt oftmals bald auch mit den Temperaturen und nicht nur mit der Mode. Dieses Teil kann man sicher bei der Größe 44 tragen. Oder halt auch kleiner. Der kostet 45 Franken. Und darunter hat sie das wunderschöne Shirt. Das ist in der Kleidergrösse bis etwa 40 Franken zum Tragen. Die wunderschöne goldfarbige Legend. Die ist etwa bis zum 38 Franken. Vielleicht bis zum 40 Franken. Aber ja, am besten probieren kann. Die kostet auch jeweils 39 Franken. Und ich habe jetzt die dunkleren Stiefel an, wie ich habe. Da ist jetzt unten durch die Glattgläder. Und oben dran Wildgläderimitat. Und der habe ich nur noch im 37 Franken. Und kostet auch 59 Franken. Weiter geht es mit diesen Kombinationen. Ich habe jetzt hier eine feine Stoffhose an. Und der ist auch wieder die Kleidergrösse 36 bis etwa 42 Franken zum Tragen. Hat so ganz praktische Hosensäcke. Und hat oben dran auch wieder einen Gummizug und eine Kordla. Soher habe ich da super feine Shirtchen mit dem Hirsch drauf. Und das kann man bis etwa Kleidergrösse 42 tragen. Und kostet jeweils 39 Franken. Und die Stiefel, die ich dazu genommen habe, habe ich im 40 und 38. Und auch die kosten 59 Franken. Sie sind nicht gefüttert. Einfach als normale Stiefelinnenvater, wenn man sie so kennt. Sie haben da auch den Resverschluss. Also man muss sie jetzt mal komplett schnüren. Ja. Dann gehen wir weiter zur grossen Puppe. Sie ist diesmal Ingrid gehalten. Ich hätte da auch ein wunderschönes Shirt an. Jetzt bin ich mir echt nochmal ganz sicher. Das Dubidou. Das ist mal etwas anderes. So richtig schön auf Comic gemacht. Jetzt sieht man das. Ja. Das wunderschöne Shirt, das ist ein ganzes flauschiges Teil. Das ist in Höhle gehalten. Und ist in der Kleidergrösse etwa bis zum 48 zu tragen. Und die Tasse, die sie dazu hören hat, das ist schon eine leichtere. Das grüne. Und die geht etwa so bis zum 50, 52. Und die tollen Stiefel in grün. Die sind noch 59 Franken. Und eben daran denke, die nächsten zwei Wochen, also fast zwei Wochen, sind es 30% billiger. Die habe ich nur noch im 41. Dann gehen wir weiter zur kleinen Puppe. Sie ist ganz lässig angezogen. Sie hat da auch wunderschönes Viehstrickkleidchen an. Wo man auch so diese tollen Pulloverchen hält. Man kann natürlich auch ein Regen darunter ziehen. Aber es ist, je nachdem wie schlank das man ist, kann man es natürlich auch als Kleidchen tragen. So sieht man es besser. Ja. Es geht sicher bis knapp zu den Knien. Und ist ganzes flauschiges Teil. Mit den Engelsflügeln da vorne drauf. Ein Traum. Und dazu her, haben dann diese wunderschönen Oberknie-Stiefel getan. Die haben jetzt nur noch im 37. Die anderen Grössen sind halt schon fort. Und der Absatz ist etwa 10 cm hoch. Und schon wiederum zu haben. Ich habe jetzt da so eine wunderschöne Hemdjacke an. Also wenn man sie nur wieder als Bluse dreht, kann man sie auch gerade bis zum 46 tragen. Wenn man, wenn ich jetzt da noch einen dicken Pulli drunter hätte, 40, 42. Also je nachdem, wer mir das lieber tragen möchte. Die Hemdjacke ist so richtig flauschiges Flanel. Und kostet 45 Franken. Darunter habe ich eine wunderschöne, wie rote Pulli an. Also rein 100% Natur. Und darunter habe ich eine Leggings an. Und das ist noch eine von den Gefütternen. Also vor allem, wenn es halt, ja doch noch ein bisschen kalt ist. Weil es halt im Moment noch draußen ist. Ich meine, es ist halt erst Januar. Da ist es halt noch gerne mal ein bisschen kalt. Ja. Hätte man halt gerne ein bisschen warmes. Und der alter werdest Juni. Ich habe hier noch diese wunderschöne Stiefel an. Mal schauen, welche ich in die anderen habe. Die habe ich noch im Kini. Die habe ich noch einmal im 36. So kann ich es euch besser zeigen, als wenn ich sie auch habe. Und das ist ein gefütterter. Und der kostet aber auch 59 Franken. Wie alle anderen Stiefel. Das andere ist ein 40, aber den träge ich selber. Ja, den kann ich nur mal gut verkaufen. Ja, der ist ganz ein toller Schuh. Ja, mir gefällt brutal. Und der ist sehr, sehr bequem. Der Pulli und die gefütterte Leggings kostet jeweils 39 Franken. Dann gehen wir rüber zur grossen Puppe. Sie hat hier ein ganz tolles Long Shirt an. Das Long Shirt geht in der Kleidergröße bis etwa 48. Das ist etwas ein bisschen besser. Und darunter hat sie auch eine gefütterte schwarze Leggings. Ich weiß auch, das ist jetzt ein Zufall, dass wir das gleich anhaben. Und so her haben wir die beige Handtasche hier. Ist ganz hübsches. Sie ist auch komplett neu eingetroffen. Und so sieht sie innen dran aus. Also schön hell, man findet das Zeug. Ein paar Täschen hier drin. Ja, man kann es, man kann ordentlich halten. Wenn man will. Ähm, die Schiefel, die sie dazu herren haben, sind die hellen, die beigen. Und das sind die im 40. Die sind auch nicht gefüttert, aber im Wildleder imitat. Sind ganz lässig. Die habe ich ja vorher kurz angekommen. Sehr bequem. Und die sind 59 Franken. Und in der Schuhegröße 40. Können wir schauen, können wir probieren. Und jetzt sowieso. Die nächsten paar Tage reitiert sowieso mit 30 Prozent. Weil ich habe ja eh schon fokulante Preise noch. Ich meine, wo kriege ich so grosse Sachen. Und man darf die Preise über den Moodlinien noch. So, weiter geht's mit der kleinen Puppe. Sie hat da einen wunderschönen, ja, feinroten Bulli an. Ja, sie ist ja. Ja, sie ist rot, feinrot. Ist noch schwer zu sagen. Auf jeden Fall, er ist flauschig weich. Wirklich sehr flauschig weich. Und dazu haben wir den tollen Schub hier. Der hat oben drauf einen Gummizug. Auch mit dem Lederchen mit Taz-Bindelchen kann man es auch festmachen, wenn ein Kordler. Kostet auch jemals 39 Franken. Und ist ihre Kleidergrösse bis etwa 42 Franken zum Tragen. Und dazu haben wir an dieser Schub herzige Tasche hier. Die ist etwas grösser. Sie sieht auch hinter so lässig aus. Ich halte so gerne noch den Schub dran. Eben so neu ist sie noch. Gefüllt habe ich sie einfach mit Papier, dass sie etwas schöner da steht. Und Handtaschen kosten alle 38 Franken. Ja, wir sind schon wieder mit den letzten Kombinationen angelangt. Ich habe jetzt eine ganz so lässige Mickey Maus. Nein, komikose da. Der ist unbequem mit dem Friedenszeichen drauf. Und ja, einfach rindelige schöne Zitter. Dazu habe ich oben dran. Das ist ein Boncho. Und das hat ein Unterliebchen, also ein Top darunter. Der schön eng ist. Also das kann man gerade so tragen, kürzen man. Ist ein toller Zweiteiler. Und kostet beides jeweils 39 Franken. Und denkt ihr an meine Aktion. Ich habe ja 30% bis am 5. Februar. Also, dann geht es weiter. Ich habe hier noch mal die wunderschönen Stiefel an gefüttert. Ihr seht ihr, die sind einfach sehr, sehr, sehr bequem. Und die sind ja 59 Franken gefüttert. Und die habe ich jetzt noch im 36. Dann gehen wir über zur grossen Puppe. Sie hat auch Bonchoa. Knallorange. Ganz lässige. Und ganz entlauschige. Und darunter hat sie einen dunkelblauen Pulli an. Mit einer wunderschönen Halskette dazu. Und auch die lässige Komikosa. Ein Traum. Und passend dazu haben wir die lässige Stiefelitli hier. Die haben jetzt aber noch im 38. Und kosten auch 55 Franken. Und die Tasse und das oberste Teil sind 39 Franken. Und der Bonchoa ist 45 Franken. So, dann gehen wir noch einmal zur kleinen Puppe. Ja, Valentinstag ist auch bald einmal ein Thema. Hier haben wir einen ganz wunderschönen Pulli. Der kann mit der Kleidergröße 36 bis etwa 44 Franken tragen. Je nachdem, wie man es halt lieber hätte. Ein bisschen weiter oder ein bisschen enger. Ja. Und dazu hat sie eine glatte Leder imitats Hosen. Genau. Ganz eine coole Kombination. Und das Halskettele, das ist 25 Franken. Hosen und die Blöferle sind 39 Franken. Und dazu hat der wunderschöne, coole Stiefelitli. Die habe ich im 37 und kostet 55 Franken. Also meine Lieben, ich hoffe es hat euch gefallen. Und kommen wir vorbei, meldet euch wie immer. Ich freue mich auf jeden Besuch. Ihr könnt mir das Güppel trinken, das Kaffeele, ihr könnt ein bisschen aussuchen. Ja. Ich freue mich auf euch. Also, bis bald, eure Linde. Tschüss.